Musik Mein Name ist Karl-Heinz Gläs, ich bin 54 Jahre alt, seit mehreren Jahren schon im Betriebsrat. Betriebsrat ist sehr wichtig für die Kollegen, besonders mit einem starken Partner im Rücken, der EG Metall, kann man Arbeitszeitgestaltung, Arbeitsplatzgestaltung und die Kollegen gut vertreten. Ich wünsche den Kollegen der Firma Natus bei der Gründung eines Betriebsrats alles Gute und viel Erfolg.